MINECRAFT Ich bin Gabe Ja hallo und herzlich willkommen zum Minecraft Malu Projekt Es wurde ja jetzt vor 3 Wochen angekündigt, dass es kommt Und ja jetzt sind wir hier, wir sind nicht alle Also nicht wundern, dass wir gerade so wenige sind Es kommen noch einige, jetzt nach Wenige und Ja Minecraft Malu, jetzt ist es endlich gestartet Hier alle außer Rand und Band Und ich würd sagen Soll ich die Druckplatte setzen? Ja ja, Druckplatte, Druckplatte, schnell, schnell, schnell Soll ich die Druckplatte setzen? Ich setze sie, okay, warte Los Los Komm, 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 ich besetze Ich besetze Ich besetze Ich besetze In unsere einzelnen Channel Ich zieh mal Hey, move uns mal, weil ich kann meine Aufnahmen jetzt nicht Ja, ich auch nicht Ich kann jetzt nicht minimieren, das geht meine Aufnahme Ich auch Ja, da ist Lay Detrox, ich muss auch damit rein Oh Mensch Mit Detrox zusammen Lay Wir wollten zusammen, ne? Ja, warte, ich mach im Unten Raum So Okay, passt Kannste Detrox? Ja, ich Wir müssen mich auch mit DSP leiten Ey, ist das hier schon ein Sequel oder darf ich da reinspringen in das SOS? Mr. Blacksheep, ja Bei der Auscrank-Copter kommt ja alle her Lass jetzt hier Ja, ich kann mich selber nicht move'n, weil dann bricht die auch noch ab Willkommen Wegen Action Lass ihr doch neu anfangen Qualls einmal zusammen Ja Wir stellen uns einfach hier hin Okay So Leute und willkommen zu Minecraft Malu Ähm, ja, ich hab mir jetzt eine Workbench gemacht rein, Freunde Cooler Boy Ähm, ja, es geht eigentlich rein theoretisch darum, dass wir uns irgendwie eine kleine Existenz aufbauen Dass wir, äh, also am Ende des Monats oder so eine Mission bekommen, also eine Aufgabe Die wir jetzt bis zur Zeit, die wir zu erfüllen haben Und wenn wir diese nicht schaffen, fliegen wir aus dem Projekt raus Und, ähm, ja, ist auf jeden Fall ziemlich was Spannendes und ich freu mich auf jeden Fall mit den ganzen Leuten zusammen zu arbeiten Die ganzen Leute sind natürlich unten in der Videoschreibung verlinkt Schaut mal vor allem vorbei und so jetzt neben Informationen und, äh, jo Wenn ich jetzt verhunger, was mach ich dann? Den runterholen, Spaß Du kriegst Essen, chillen Lass uns losgehen Äh, wollen wir zusammen irgendwas bauen? Ja Also wir wollten noch, ist das nicht ein Ziel, irgendwie eine Stadt aufzubauen? Wollen wir ans Wasser? Ja Äh, wir sollen aber vielleicht noch Lass mal alles abholzen, ey Lass mal alles abholzen, ey Ja, aber Essen braucht man auch Hm Ja, ja Kann jemand einen Timer machen oder so? Warte, wenn ich jetzt sterb, ist das egal? Äh, kannst jetzt Dingsen Hat jemand von euch einen Timer oder so? Bei Action steht die da oben Ich bin Ne, leider nicht Hä? Doch, da steht er In 3 Minuten 10 Okay, let's go Jungs Mach maximal bis 15 Ich auch, das sind zu lang Okay, denn, äh, erstmal hier alles abholzen würde ich sagen und ein paar Werkzeuge bauen Ja klar Also Stein natürlich So, ich habe schon mal eine Workbench gebaut, Leute Echt? Ich auch So fleißig war ich schon Ich stehe gerade mit dem Owl Pack, das packe ich euch auch nochmal in die Beschreibung und mit den Direction Hub Ich packe euch jetzt auch mal in die AL-Beschreibung, dass es dann selbst gemixt ist, also habe ich es quasi selbst gemacht so Das ist aus dem Default Edit quasi Bloß aus ein paar, äh, habe ich ein paar Mixer noch reingepackt Ich baue mal ein paar Steine für uns ab, ok Leute? Ja Ähm, ja, also wir nehmen mit mehreren verschiedenen Leuten denn bei Malu auf, damit man halt eine kleine Abwechslung dazu bekommt Aber, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich glaube ich streame das auch mal, weil da hätte ich echt Lust zu Weil du kannst ja in zwei Stunden ordentlich was schaffen, so farmen und sowas, kannst du ja eigentlich ganz gut im Stream machen Und wir dürfen halt nicht offscreen auf dem Server spielen, das ist halt das Joa Wird auf jeden Fall echt cool Aber im Stream wäre ja ok, oder was? Ja, ist ja, ist ja quasi Also Stream, da kannst du ja quasi, offscreen farmst du ja meistens nur, also von daher kannst du ja eigentlich im Stream farm, oder nicht? Also hatte ich mir so gedacht, meinsch Ja Ist ja eigentlich ganz einfach Ja Ich hab das richtig intelligent gemacht, es hieß um 18 Uhr Besprechung, ich bin um 19.05 Uhr aufgestanden Ja So, äh, wer will eine Spitzhacker haben von euch? Ja, ich bitte dich Ich bitte ich Wer will eine haben? Tali, hier komm her, Taliban Ich vielleicht erstmal eine Axt, damit ich bisschen Holz fangen kann Ja, warte, mach ich dir eine So, klack Go, Tali So, äh Hier schon mal ein bisschen Holz So, hier, klack, ok, machen wir das so Ja Frau Tali So Hat irgendwer Essen? Äh Ne, leider nicht Detrox, wo willst du hin? Ich farm grad bisschen Äh, aber lass mal, lass mal, lass mal, lass mal wirklich hier hinten am Wasser bleiben, das ist voll die geile Position hier Ja Ich finde, wenn eigentlich alles hier weg ist Dann haben wir voll die geile Aussicht Lassen wir, lass mal vielleicht in die Bäume oder so mit Stelzen oder so ein Haus bauen oder so Können wir auch machen Hätte ich irgendwie Lust zu Ja, wie soll man im Dschungel Essen finden, frage ich mich Na, da gibt's ja keine Melonen Melonen Ja, da oben ist... Aber dem Kling trinkt kaum was Ey, wir machen einfach Melonen fahren, deshalb Achso, ja, ja, da oben, ne, ja Aber, Digga, das ist auch übel auffällig, sowas zu hinknüppeln Darf man schon nach oben nicht? Ne, ne, du darfst noch keine Sickles machen Alter, ich verreck vielleicht Eineinhalb Herzen Was geht? Ja Wenn man tot ist, was passiert dann? Äh, ich glaub, dann ist er noch wieder hinrennen Ja Aber du musst deine Items wegpacken, bau dir vor eine Kiste Ja Weil sonst sind die Items gecleared Achso Die gehen alle weg Das ist halt das Blöde, kannst du halt nicht wiederfinden So, äh, dann lass uns schon mal ne kleine Kiste und so machen Hier, äh, Tali, machst du schon mal ne Kiste und so? Wo, wo seid ihr? Ja, ich bau grad ganze Steine ab Ich such grad nur noch Ja, ich mach mal ne Kiste Hm Ah, ich hab nur Leute Sind die gelockt, die Kisten, Leute, ich guck mal Äh, ich bau quasi schon unseren Keller aus, ne, Leute Oh, ich hab nen Tempel, ne? Oh, ich hab eine Höhle gefunden, oh shit Ich glaub, in Tempel darf man rein, australien Was? Ich glaub, da darfst du rein, weil das ist sicher eine Secrets Ja, das ist doch kein Secret, das ist ein Tempel Ja Deshalb Ich hab ein Skelett, oh Drei, vier Herzen noch, vier Herzen Oh, lol Guck mal vorher alles rein Ich kann gleich mal ein bisschen trollen, ne? Die trollen Ich hab Vergiftungstränke Achso Alles klar, ja Ich glaub, ihr habt schon Tränke oder so? Ich lauf hier immer noch rum und hab zwei Steak Woher hast du Steak? Ist echt so, woher hat Essen, ja? Ich hab ne Kuh gefunden und hab sie qualvoll getötet Ey Oh Ich glaub, wenn ich gleich gestorben bin, geh ich auch mal auf Essens-Tour Also ich bin jetzt wieder im Spawn-Haus Wer macht was? Also ich farm Stein Charlie macht ganz spektakulär Holz Und was macht Detrox? Was machst du? Ich farm gerade und ich denke mal, dass ich erst in der übernächsten Folge sind Ich hoffe mal, dass es kein Secret war Alles klar Ich hoffe es Ich baue hier hinten Also baue ich gerade Kohle ab Ich hoffe das nicht allzu dunkel, meine lieben Zuschauer Sonst versuche ich das irgendwie mit Gamma oder so ein bisschen zu erhellen für euch Eiligen Zuschauer Spielt der mit Shader Ja Ne, ich spiele auch nicht Shader Weil ich hab eben gerade nicht geschafft, den noch Shader-Mod reinzuknacken Hä? Mein PC packt das nicht Hä? Seit wann können Krühe Lian hochklettern? What the fuck? Hä? Vielleicht ist es dann aufgespawnt Die klettert die ganze Zeit hoch und wieder runter Wie läuft euch hier? So wir haben jetzt schon fast einen Stack Steine Leute Und ich brauche Essen, ne ohne Witz Ich habe gerade einfach so eine Kiste gefunden Hä? Ist das nicht so ein Secret oder sowas? Das ist meine Die waren einfach so ein Baum Und da waren ein bisschen Leute drin Das ist meine Achso, da gibt es so welche coolen Kisten Oh, ich habe Eis gefunden Das ist meine Kiste Ich habe Eis gefunden Ich habe Slaytube gefunden Cool Aber das sind ja keine Secrets, ne? Ne Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das ist ja quasi Ich spalle einfach so immer Achso, ich sehe dich ausfühlen Hast schon Man verrückt aber nicht wegen Essen, oder? Oh shit Leute, das ist ausfühlen Dann bin ich jetzt tot Was? Hast du mir ja schon gelootet Ja, ich bin tot, was? Ja Ah, man kann vorhungern Hier steht doch überall im Tisch Ja Okay Okay Scheiße Ähm Leute, lasst uns doch am Wasser direkt ne Weizenfarm machen Nein, ich sterbe Halbes Herz Ich habe auch noch ein halbes Herz Äh, ein halbes Herz Äh, ein halbes Herz Hey, ich habe Essen Jetzt habe ich Essen bekommen Klar So hochzukommen Ich habe sechs Eisen nämlich Eisenerz Danke, Support, ja? Alles klar Man hat Essen bekommen Oh ja, cool Aber ich verreck genau davor Ich habe ein halbes Herz, ne? Äh, wir sind am Wasser einfach direkt Haben wir uns im Schild Hä, was ist eigentlich das da hinten Dieses Ist das auch ein Secret Bei uns auf dem Strand gewesen? Was denn? Ja, das ist das rote da hinten Das ist ein Secret Ähm Ja, dieses SOS da ist ein Secret Ja, ist es Ja Bauen wir uns mal einen Ofen, ne? Tali Dann können wir schon mal Eisen schmelzen Ja, mach es mal Und uns, äh, Eisenwerk da bauen Also ich habe schon sechs Eisenerz Ich habe jetzt Ich habe jetzt 14 Weizenkörner Wir können uns ein Feld machen Cool, ja Aber ich weiß ja nicht, wo ihr seid Ja Leute, ich würde mal sagen Dass wir uns hier, ne Ein bisschen hier Das Gras abbauen Und hier, also Die Sachen abbauen Und ein bisschen Mit einer Schere Lassen wir mit einer Schere, oder wie? Dann können wir das eigentlich hinplanten Ja, ja am besten Ja, ich habe ja sechs Äh, denkst dann Lass uns das dafür verwenden Leute, habt ihr auch gerade 32 Brote bekommen? Ja, ja Das waren die Supporter Ja Lassen wir die ganzen, äh Baume abfällen Und bei Fifi Min und sind wir gerade Ja Wir sind glaube ich jetzt bei Bei 10 Minuten So zierkant ist So zierkant ist Direkt am Wasser, ich sehe euch ehrlich nicht Ja Das ist klar, Leute Mhm Den Einzigen, den ich sehe, ist Laytube Wer ist auch gerade so mega gelücklich, alter, wegen dem Projekt Ja, man, das ist so geil Ja, sicher Hab mich mega gefreut, alter Nicht im Namen Ich hab mich mega verpennt Einfach so Ich schwöre, wenn der irgendwie Facecam machen würde Hätte er einfach richtig diese tollsten Haare so Ich bin so froh, dass ich keine mache, ey Sonst hätte ich keine Zuschauer mehr Habt ihr, äh, Ferien, oder wie? Ich hab erst am Freitag Nee, ich hab noch Schuhe Ich hab auch keine Ferien Wir kommen erst am Freitag, ey Ja, ich hab Ferien Ich hoffe an, dass mein Zeugnis gut wird, Alter Sonst heißt es Ahoi Malu, Alter Oh nein Wir werden dich dann vermissen, weil das Zeugnis wird sowieso nicht gut Bitte Warte, wie baust du das denn ab? Mach doch wie ne Treppe hoch Ja, juck mich nicht, mach du doch Ich hab 6 Eichen Ich bin jetzt wieder auf diesem Steg Muss ich nach rechts, um zu euch zu kommen? Ja, nach right side Ja, warte, ich komm mal zum Und dann auf dieser Mini-Insel, oder was? Ja, wir haben uns da ein bisschen schon was aufgebaut, ja Oh, da ist ein Skelett Lass uns das nochmal aus Wirklich? Lass uns hier mal ein bisschen was ausleuchten, Leute Wo bist du denn? Äh Du bist hier grad längst geflogen, da Was bin ich? Du bist hier grad längst geflogen Geflogen? Längst geflogen Detrox Hacks Hier Ich glaub du hast Detrox gesehen Hier, komm her Au Hier Vielleicht hast du nen Mod gesehen, mein Freund Flo Hier hinter dir Ja Da hinten, komm mit Machst der Videos raus Weiß es nicht Oh shit Ja Shit Nein X-Ray easy X-Ray Alter, wie's leckt immer, wenn ich so nen Scheiß abbaue, Alter Oh, teamwork Ich krieg einfach kein Gelände aus, nein Ey, schwöre, wie Wenn die gleich wiederkommen, die werden staunen, was wir schon geschafft haben, zahle die, Mann Ey, wir haben voll viel gemacht, ne Seht ihr das da, wo die Fackeln brennen? Ja, ja Ja Oh krass Ich bring euch Weizenkörner für Weizenfamme Ja, ja Ich hab sehr viel geleistet Ja, guck mal, hier war alles voller Bäume, ne Alles voller Bäume und Sträuche Hab ich alles weg gerade drüber Auch waren du auch, alleine, ne? Ja, du hast es gut gemacht Aber ich hab die Dings Alter, wir haben richtig viele Eichen hier und Tropenholz und sowas jetzt Schau mal in die Truhe, ey, wie viel wir davon jetzt haben Warte, ähm, ich mach mir mal Ich hab da auch was eingefragt Hast du schon ne Stiere gemacht? Ja Darf ich mir die vier Eisenschöne Axt nehmen, damit ich hier noch ein bisschen... Genau Hatte ich auch gehört Okay Okay, ich geh nochmal da hinten hin Da ist ein schönes Skelett Ich versuch schon mal ein bisschen, äh... Du hörst keine Stimme Bitte? Wenn man eine Macht euch beobachtet Alles klar Ich hab gar keine Stimme gehört Voll gruselig wird das denn ja eigentlich, ne? Weil Spooky Dass da einfach sowas steht, Leute Oh mein Gott Oh mein Gott Spooky Ja, am Anfang ist das vielleicht noch ganz legitim oder so Mein Gott, ich hab Schüss Es geht ja, es geht ja quasi wieder darum, dass man die... So was halt mit, äh, verschiedenen Sachen und so, ne? Oh, ich hab kein Schwert mitgenommen Okay Lass mal ein paar Monster töten gehen Oh, kein Schwert mitgenommen Zit Ey, mit der Faust tot schlagen, ist doch easy Ja, locker, genau, Alter Komm ich mit... Einen halben Herz wieder, ne? So, Jungs Schon 20 Schweinefleisch, GG So GG, Geld ist Geld, ne? Oder wie? Echt, wo ist Schweine... Wo ist Schweine gefunden? Ja Alles klar Echt, der Geld ist Geld So, Leute Wir können auch eine kleine Baum... Oh, Sprengmeister Wilhelm weg Wir können uns auch eine kleine... Wer war das? Keine Ahnung, man Ja Habt ihr das gehört? Das war... Äh, ich bin voll weit weg von euch Ich glaub, ich geh Slay-Tube jetzt erschrecken, Jungs Ja, komm, ich erschreck den jetzt Wo chillen die? Ich wette locker beim, beim Dings... Beim, ähm... Oh, ich kann ja... Hier kann man noch weiter gehen Lass uns mal... Vielleicht nachher so, so... Voll geil Jo, eine Minute haben wir noch Ja Wie viele Minuten haben wir schon aufgenommen? Jo 14 Minuten Alles klar, Leute Dann sollte ich mich lieber nicht zu krass doll entfernen von, äh, meinem lieben Zuhause Wir sind gleich nicht... Ich glaub ich auch nicht... Ich hab schon genug für ein Bett Was? Also genug Wolle Ich tu mir zu Leimel machen Okay Ja, aber brauchen wir denn alle Betten? Oder, äh, rentiert sich das bei 50% immer, dass das halt dann so weggeht? Und wir haben hier in der Nähe auch Sand für Glas und sowas Aber das kannst du am Spawn nicht abbauen, soweit ich weiß Ne, es kommt wieder Aber hier ist ja Wüste, also Ja, auf jeden Fall Ja Wir sind doch jetzt schon bei 15 Minuten Wieser lang wolltet ihr auch nehmen? Äh, ich glaub das reicht, oder? Genau 15 Minuten ungefähr, ja Ja Okay, dann mach mal die Abmoderation her, D-Trucks Ja Warte, wir gucken mal nach vorne 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 Ja, guck mal nach vorne Ja, guck mal nach vorne Ich bin über dreieinhalb Blöcke weg Ja, ich bin da Also ich bin in der Hölle drin, ich mach mir jetzt grad aufm Weg zurück Alles klar, Leute Okay Ich bin über dreieinhalb Blöcke weg Ja Ja Ja, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch Manu gefällt, meine Freundin Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da Äh, wenn ihr das alles so ganz geil findet Und ich würd sagen, jetzt können die einzelnen Personen nochmal was zum Abschluss Jo, das war's, meine Freunde, haut rein, ciao Alles klar, haut rein Ciao Und ciao, ciao Oh mein Gott